So, ich habe es geschafft. Das Böse Weibel mit seinen 3.282 Metern dreimal verlaufen. Es geht auf so einen schmalen Grad lang. Es ist ein bisschen ausgesetztes Gelände, aber wenn man ordentlich aufpasst geht das schon. So, geschafft. Bergheil. Das war eine Kraxelei. Und ich bin völlig auf mich alleine gestellt. Ein Panorama. Super. Spätze. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.